Peace Freunde, was geht? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es die Lösung des geheimen Battle Pass-Sterns der Woche 3 in der Season 6, denn dort wurde auch wieder mal der Ladescreen geleakt, natürlich wieder von den 2 Epic Buddies, deshalb checkt ihr auf jeden Fall aus, die leaken immer alles ganz fleißig. Und auf diesem Ladescreen können wir halt eben Rotkäppchen entdecken, wie sie die Wölfe letzten Endes in die Flucht schlägt und mit der Axt auf einen Wolf zeigt, ja. Und wir sehen, das Ganze ist in Wellingwoods und da hinten im Hintergrund sehen wir eine Hütte. Und ich zeige euch jetzt, wo der geheime Battle Pass-Stern ist. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und immer auf dem neuen Stand bleiben wollt, dann abonniert diesen Kanal, lasst mir einen Daumen nach oben da, wäre richtig fresh, wenn wir so die vielleicht 500 Likes oder sowas knacken. Jetzt würde ich sagen, springen wir aber in eine Runde, let's go! So, wir sind jetzt in der Runde angekommen, ich bin hier in Spielwiese und wir müssen da hinten, wo ich so ein bisschen drauf zusteuere hin, da wird nämlich die Lösung sein, beziehungsweise die Hütte, wo nämlich der Battle Pass-Stern sein wird. Das Problem ist, es gibt ein paar mehr Hütten, deshalb ist es ein bisschen schwierig zu sagen, welche Hütte es sein wird, aber ich gehe davon aus, dass es diese Hütte hier sein wird. Die müsste irgendwo hier unter den Bäumen sein. Ich muss mal schauen. Ah, ah, hallo Hütte, hallo, 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 wo bist du? Komm, wir fliegen mal einfach hier durch. Zack, und dann schauen wir mal, wo hier die Hütte ist. Hier ist sie nämlich, hier. Da seht ihr das, hier ist die Hütte. Und jetzt müssen wir nur mal ganz kurz schauen, wo denn die Position von dem Bild ist. Wir sehen hier ganz klar, das ist diese Position. Hier in etwa wurde das Bild so geschossen. Ja, doch, das kommt hin, würde ich sagen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Doch, normalerweise schon, ja. Doch, und hier oben wird dann halt eben, ups, bin ich jetzt nicht hochgekommen. Hier oben wird dann halt eben der geheime Battle Pass-Stern sein. Hier direkt. Deshalb könnt ihr euch den dann ganz easy da abholen. Und somit habt ihr dann auch den geheimen Battle Pass-Stern geholt. Wichtig zu sagen ist natürlich, ihr müsst von der Woche 3 die Aufgaben als allererstes komplett fertig haben. Sonst könnt ihr euch diesen Battle Pass-Stern nicht abholen. Und hier wird sonst auch nichts sein. Es kann auch sein, dass er irgendwie hier drauf ist oder so. Ihr müsst vielleicht ein bisschen rumlaufen. Aber hier wird der Battle Pass-Stern dann eben sein. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das so richtig war. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Euer Reapers, Chibio. Ciao, 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 ciao.